Kokilasana, die Stellung des Kuckucks. Kokila ist eine der vielen Sanskrit-Bezeichnungen für Kuckuck. Rafaela, Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt, wie Kokilasana geht. Ausgangsposition ist der Lotus-Sitz. Vom Lotus-Sitz ausgehend, kreuze deine Ellbogen auf den Boden und fasse dann mit den Händen um die Füße herum und halte den Kopf oben und schaue zu dem Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Kokilasana, die Stellung des Kuckucks.